Was geht ab, Leute? Euer Mette ist wieder back am Start und ich muss nochmal für den Ehrenbruder Fraps einspringen, denn der ist noch unterwegs und der kann derzeit kein Video aufnehmen. Aber er wollte euch diese Info nicht vorenthalten und hat mich gefragt, ob ich das Ganze machen kann für ihn. Und selbstverständlich springe ich dann ein und mache dieses ganze Video für ihn. Was ist das für eine Frage? Wenn ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich heiße Mette, bringe auch täglich Fortnite-Videos, also könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und tragt auf jeweils den Ehrenbruder Fraps im Creator-Code ein, also FRPZ-YT ist komplett kostenlos. Dann würde ich jetzt einfach sagen, fangen wir direkt an mit dem Video. Viel Spaß! Ja Leute, wenn ihr euch wundert, das ist nicht mein Account. Ich bin in den Account, also in meinen zweiten Account reingegangen. Und wenn wir jetzt mal ganz rechts rüber gehen in den Shop, sehen wir auch schon hier Fortnite, das Kobalt-Paket. Ja, das ist schon alt, das kennen wir mittlerweile, aber ganz links haben wir etwas komplett Neues bekommen. Fortnite-Lagoon-Paket. Und das ganze Starter-Paket ist neu gekommen heute. Für 499 kriegt ihr ein richtig geiles Angebot. Und das gucken wir uns einfach mal jetzt an, denn es lohnt sich wirklich, Leute. Wirklich, es lohnt sich. Hardcore. Fortnite-Lagoon-Paket. Stimme mit dem Lagoon-Paket eine paradiesische Melodie an und lehne dich entspannt zurück. Enthält die folgenden kosmetischen Gegenstände nur für Battle Royale und den Kreativ-Modus. 600 V-Bucks bekommt man und allein 499 kosten schon 600 V-Bucks, also das ist schon richtig gut. Dann kriegt ihr dazu nochmal ein Lagoon-Outfit, das Rücken-Accessoire Ananas-Klampfe, das ist die Gitarre oder die Ukulele oder Banjo oder keine Ahnung, was das sein soll. Und die Lackierung Ananas. Und ich muss sagen, alle drei Sachen sehen wirklich sehr cool aus und für 499 ist das Angebot wirklich unschlagbar. Wenn ihr 499 übrig habt, dann Leute, gönnt euch das einfach mal. Tragt natürlich vorher den Creator-Code FRPZ-YT im Gegenstandshop an, um ihn auch nochmal kostenlos zu unterstützen, denn mit dem Kauf unterstützt ihr ihn ebenfalls. Finde ich mega cool, also den Skin finde ich auch richtig fresh und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einfach mal direkt an. Und ich habe mir die Items selbstverständlich gekauft und ihr seht die hier schon, und zwar einmal das Lagoon-Outfit. Ich finde den Skin sehr cool und für das Angebot, glaube ich, einer der coolsten Skins. Ich finde sie auch unnormal hot, also richtig geil. Ja, eure Meinung gerne mal in die Kommentare, aber ich würde auch mal sagen, für 499 kann man da wirklich nicht meckern. Ich meine, man kriegt die V-Bugs, man kriegt eine Ernte, äh, man kriegt ein Rückenaccessoire, man kriegt ein Skin und eine Lackierung. Also das ist schon ein richtig geiles Angebot. Dann hatten wir nochmal hier das Rückenaccessoire und zwar Ananasklampfe. Das Ding, ich weiß nicht, womit man das unbedingt kombinieren kann. Kann man bestimmt kombinieren. Aber, äh, jetzt explizit, womit könnte ich euch jetzt nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr cool und gefällt mir richtig gut. Passend dazu haben wir natürlich nochmal die Ananas-Lackierung bekommen für alle Waffen oder für alle Gegenstände. Äh, hier zum Beispiel auf der Shotgun. Ich finde diese Lackierung hat irgendwie was Geiles. Ich finde es irgendwie fresh, irgendwie auch gewöhnungsbedürftig. Aber eure Meinung ist natürlich auch nochmal gefragt. Ihr habt ja meistens eine komplett andere Meinung oder Verschiedenheiten. Und das möchte ich gerne wissen. Schreibt es unten rein, wir lesen uns das Ganze mit. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr auf meinem Kanal nochmal vorbeischauen wollt, dann gerne unten in der Videobeschreibung. M-E-T-E, also Meta heißt mein Kanal. Und Leute, tragt auf jeden Fall den Creator-Code von Fraps ein. F-R-P-Z-Y-T, falls ihr dieses Paket kaufen möchtet. Wir sehen uns in der nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.